Schaukel Schaukel ist ein an Seilen frei aufgehängter Sitz. Schaukel ist etwas, was sich schwingend hin und her bewegt. Schaukel ist also ein Spielgerät, ist auch ein Turngerät, das heute meistens von Kindern verwendet wird, das aus zwei verstellbaren Seilen oder auch Ketten besteht und einem frei hängenden Sitz, mit dem man sich hin und her schwingen kann. Es gibt insbesondere die Kinderschaukel. Auf Kinderspielplätzen sind Schaukeln sehr beliebt, aber es gibt auch eine Gartenschaukel, wo auch Erwachsene hin und her schaukeln. Es gibt das Schaukelpferd, es gibt den Schaukelstuhl. Schaukel kommt vom Verb Schocken und Schucken, was heißen soll hin und her bewegen oder auch stoßen und schütteln. Schaukeln hat auch etwas zu tun mit Windstoß. Es gibt eben Schock, das ist der Windstoß, aber auch die schaukelnde Bewegung. In diesem Sinne kann man auch jemanden schaukeln, das heißt hin und her bewegen, und man kann auch jemanden verschaukeln, das heißt irreführen, hintergehen, im Stich lassen. Was also davon heißt, anstatt jemandem zu helfen und einem klar etwas zu sagen, verschaukelt man ihn, das heißt, er scheint sich zu bewegen, vor und zurück, aber eigentlich kommt er nicht auch von der Stelle weg.